Mein Name ist Julia Lohmüller, ich bin selbstständig Apothekerin in der Industrieapotheke Essen und ich freue mich der Firma Flüger, ihren Mitarbeitern und der Familie zu diesem Jubiläum und zu der Firmengeschichte gratulieren zu dürfen. Ich mag an der Firma Flüger den hohen Qualitätsanspruch an ihre Produkte, den sie sich immer erhalten haben und die Menschlichkeit und die Nachhaltigkeit, die sie leben und die die Zusammenarbeit einfach und erfrischend macht. Ich bin ein Fan der Komplex-Homopathie und nicht erst seit meiner Generation, sondern auch mein Vater war schon Flüger infiziert, sodass wir in unserer Apotheke auf eine erfolgreiche Empfehlungsgeschichte von 50 Jahren im Bereich der Komplex-Homopathie zurückblicken. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ganz viel Spaß, genießt dieses Jubiläumsjahr, lasst es krachen, ihr habt es euch verdient. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 user